Wird Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter Was empfängt uns hier? Hallo, grüß Gott. Hier empfängt uns ein Hebeschiebe-Element von der Firma Internorm. Eine Holz-Alu-Schiebetür. Innenbereich Eiche, Außenbereich Aluschale. Was ist das Highlight Ihrer Messe? Highlight ist generell der tolle Messestand, aber auch das Schiebe-Element, weil das natürlich einfacher Eye-Catcher ist. Dieser Flügel wiegt ca. 200 Kilo. Es ist fingerleicht zu bedienen. Man kann einfach das komplette Wohngefühl von außen nach innen tragen. Licht ist Leben, wie es immer so heißt. Deswegen ist der Trend ganz, ganz groß, Flächen großzügig hinzukriegen. Und das kann man in dem Element sehr gut sehen. Was hebt euch da von den Mitbewerbern ab? Die Philosophie von unserer Firma. Das Produkt an sich von Internorm ist absolut top. Die Qualität. Internorm produziert komplett alles selber in Österreich. Es wird alles selber hergestellt. Sogar das Glas wird in Österreich selber hergestellt. Und das ist einfach ein ganz, ganz großer Punkt, dass das ganze System gut zusammenpasst. Ist bei euch alles aus einer Hand? Bei uns ist alles aus einer Hand. Der Projektleiter bleibt von Anfang bis zum Schluss und weit drüber hinaus. Wir haben eigene Monteure, die das verbauen. Auch in der Sanierung ist es ganz wichtig, dass alles aus einer Hand kommt. Man braucht keine zwei, drei Gewerke, sondern es kommt alles von uns. Wurde Ihnen präsentiert von Miete erhöhen ohne Mietspiegel mit ortsüblichen Vergleichsmieten www.mietspiegel.com Wir vernetzen private Vermieter. ISHW. Gemeinsam stark. ?! Das wäre schon mal,